Folge Minecraft Bauernhof Okay Dann Wir machen heute unser Haus fertig Okay So Okay Dann bauen wir erstmal Okay Nicht abbauen So La 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 Okay So 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann machen wir mehrere Stockdeckel. Dann mache ich mal so eine kleine Treppe. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. Okay, dann machen wir hier unser kleines Loch weiter. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. So, dann mache ich mal so eine kleine Treppe. Nein. So. Hier haben wir eben so einen kleinen Block vergessen. Den haben wir aber jetzt gleich mal eingesammelt. Ja. Das machen wir natürlich jetzt mal so schnell. So. Und was ist der Weg? So. So. Dann gehen wir ins Haus. So. 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 Ich kann mich gleich aufbauen. Und ein kleiner Walkon, wir stellen es drin, so, bauen wir hier den Walkon weiter. So, ouch. So, ein bisschen. So welche. Ist doch richtig schön. Okay, dann, eine Tür, haben wir genügend Holz? Der Clan hat genügend Holz dafür. Gehen wir erstmal runter, so, und machen uns eine Tür. Nur eine. So, ich sollte nur eine haben. Acht Stück haben wir gleich gemacht. Ich hatte mal, ziehen wir gleich hier runter. Da-da-da. 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 Da-da. So, wir werden hier klemmen, blocken, so. So, dann tschüss, bis zur nächsten Folge.